Schönen guten Morgen meine Freunde auf MaverickTV zu einem neuen Unboxing Video. Und zwar geht es heute um einen Protein Shake aus Polen. Ich kann natürlich nicht garantieren ob der jetzt legal ist aber frühmorgens wenn man sich den gönnt da geht es einem gleich richtig krass und man kann richtig Powervoll in den Tag schnappen. So gesehen haben wir hier das gute Stückchen meine Freunde der guten Musik. Der Name ist Protein Nutri Drink Protein Osmaku Mokka Mokkas Kaisas Garza Mokka Kavas Skonyo. Also auf vielen Sprachen übersetzt. Da haben wir an der Seite der kleinen Flasche hier ich mach mal die Flasche hier mal. So einen kleinen Strohhalm. So sieht die Flasche aus. Machen wir mal den Strohhalm erstmal hier auf. Also da müsst ihr ziehen und da geht er ganz von alleine auf. Sehr sehr nice. Hier haben wir den Strohhalm. Hier haben wir den Drink und jetzt machen wir das gute Stückchen mal auf. Ist hier verriegelt. Da müsst ihr noch einmal aufmachen. Hier schön daran ziehen. Boah. Bisschen durch. Kakao Mokka. Jetzt machen wir den Strohhalm mal rein. Boah. Sehr dickflüssig. Sehr sehr dickflüssig. Und. So wie Kaffee. Boah. So ein fester Kakao mit Kaffee aber so. Als wenn der lange stehen bleiben würde. Und einer noch so paar Löffel Zucker reinballern würde. Also Protein-Eisweiß schmeckt unfassbar. Unfassbar krass. Kann ich nur empfehlen meine Freunde der guten Musik. Also frühmorgens ein Naturitier. Naturitier Nutridrink. Protein. Aus Polen. Schmeckt über Kass. Und ich merke schon diese Polen Power. Alles bis zum letzten Tropfen inhalieren. Sehr sehr klasses Ding. Heute werde ich durch den Tag fliegen. In diesem Sinne meine Freunde. Checkt das ab. Ja. Wenn ihr polnische Freunde habt. Sagt wenn die drüben sind. Sollen die euch welche mitbringen. Lohnt sich auszuprobieren. Über krass. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal 60 Stück gleich mal bestellen. Weil es auf jeden Fall über über krass. Eiweiß Nutridrink. Protein aus Polen. In diesem Sinne meine Freunde. Peace outa. Euer Maverick. Auf MaverickTV.